Oh mein! Juuu! Was? Geht ab? Wir sind... Endlich geht's weiter. Nein! So. Ja genau, hier sind wir letztes Mal gestorben, weil... ...da ein Gegner stand. Jetzt rennen wir zurück und hinter mir... ...ist auch einer. Fick dich! Gut. So sind wir letztes Mal gestorben, ich dachte mir einfach mal, ich wiederhole das nochmal. Ähm... So, das gleiche nochmal. Dann machen wir das so... ...dass wir vielleicht... ...ah, wir können hier lang gehen, okay. Ich muss sagen, ich hab mir das fast gedacht. Ist das Fenster hier offen? Ja. Ja. Haha. Ihr Spasten. Ich bin entkommen, ihr Wichser. Da ist ein Gang. Gut. Das sieht so unheilvoll aus. Oh, das bin ich, Mann. VZ. Da ist Computer. Ist hier irgendein Platz zu verstecken, damit, falls einer kommt. Das ist zu... Oh, schicker Bildschirmschornal. Warum hab ich eigentlich nicht so ein Bildschirmschornal? Ohne Witz. Ähm... Drücke linke Maustaste, um Knopf zu drücken. Um... Richtig freundlich. Spasti. Okay. Ähm... Sorry übrigens für die schlechten Lichtverhältnisse, aber... Das Licht scheint von hinten so in meine Fenster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verpiss dich. Lass mich... Du tust mir nicht weh. Du hast mich lieb. Jetzt ernsthaft... Nein. Gut. So, wir gehen jetzt hoch. Hopp. 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 Oh ja. Gut. Krieg ich halt noch schneller. Ja, ja. Tür auf. Tür zu, weil er da hinten rauskommt. Er ist ja nicht dumm. Das ist jetzt... Ich hab grad nicht den Klamm aufgegangen. Aua. Echt? Wie er schreit? Ihhh. Wir nehmen die Kamera. Kann ich wieder nach? Haben wir uns dann... Ach so. Das Licht ist ausgegangen. Ah ja. Jetzt weiß ich wieder. Sucht er uns hier unten. Aber vielleicht finden wir... Hier in den Kabinen halt noch irgendwas sinnvolles. Das wär gar nicht mal so doof. Oh, er sucht mich. Ich hab... Ich hab... Was У меня? Ich bin 있는데... Was sagt er? Ich verstehn' grad nicht. Ach du eine besser aus. Ach du... Sorry. Jane Willy Seasoning. Mann. Nein. Ich hab dich... Jetzt geh doch endlich vorbei, so dass ich raus kann... Oh, halt, ne? Was war das denn? Jo, nee, das zählt nicht, das zählt nicht. Ich bin unsichtbar! Oh oh. Au. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Hinter mir ist die Tür. Tschüss. Ich kann die Tür nicht zumachen, gut. Dann rennen wir jetzt hier drunter. Wir sind sicher. We are safe. Oh ja, I'm not safe. Fuck! Ja, da haben wir auf mich wie so behindert, da wegzuschmeißen. Ich kann da auch nix für. Spasti. Jo, natürlich die richtige Tür ausgewählt. Ja, Aua, danke. Rennen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, wir rennen in die richtige Richtung. Jetzt bin ich glaube ich... Jetzt hat er mir mein Herz ausgeschlossen. Gut. Das ist unser Spiel. Finde einen anderen Weg raus. Bin ich ja dabei, aber da Keuung... Ach, die Tür geht ja nicht auf. Die Tür war offen. Ich bin weg. Du willst nichts tun, Herr. Jo, läuft bei dir, Bruder. Ich bin weg. Blablabla. Uh. 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 Oh. Diesmal gehen wir halt ein bisschen langsamer. In der Hoffnung, dass er uns diesmal nicht bemerkt. Was gut ist halt jetzt, dass er unten ist. Und langsam wieder hochkommt, ne? Das ist sehr gut. Er nennt mich Schwein. Hello, Pig. Hello, Pig. Er geht grad die Treppen wieder hoch. Da. Okay. Oh, Alter. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Hier lang. Lauf, 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 lauf. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Okay. Kommen wir hier unten durch? Oh mein. Digga. Hässlicher Mongo, Alter. Digga, such dir ein eigenes Bett. Die Scheine. Hey. Na? Hallo. Das ist ne richtig gute Psychiatrie hier. Ja, das ist ne richtig gute Psychiatrie hier. Ja, kannst du mal aufhören, verpiss dich. Ich will nichts kaufen. Nein, nein. Ja, ja. Nur Kranke hier, ey. Gut, mal Batterien rein. Fuck off, Digga. Ah, bitte. Ich hab nichts gesagt. Und da liegt was, oder? Bin ich bescheuert? Ne, ich bin bescheuert, okay. Aber scheint nicht jetzt so, als ob wir hier weiterkommen würden. Können wir die Tür hier aufmachen? Natürlich nicht. Ja, gut. Ähm. Spaß hier. Da bin ich halt richtig erschrocken wegen dem Wichser, ey. Ich schau was. Okay, ein Glück sind die zu. Für jede Tür, die zu ist, bin ich dankbar. Oh, was ist das? Noch ne Batterie? Nice! Ich warte nur auf den nächsten Jumpscare. Wir müssen da hin, okay. Guck mich nicht nochmal so behindert an. Okay. Da ist halt auch nur ne geschlossene Tür. So, okay. Da kommen wir nicht hoch. Ah, hier. Hätte ich eben vielleicht aussehen können. Nein, du kriegst keine Hilfe. Guck mal so. Ja, komm, fass mich an. Ja, ich wusste es. Nein, 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 bitte. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast du richtig gut gemacht. Tja. Dieses Spiel, ne? Ja, das ist nicht normal. Ja, okay. Der hinter mir toucht mich gleich richtig an. lol wie auf die fresse geflogen ist so witness he did not kill his enemies ach der liegt unter der matratze blablabla dokumente vater martin nachberuf von dr janeke aber ich habe jetzt keine lust das alles durchzulesen was haben wir hier eine geschlossene tür und geht wahrscheinlich nicht auf naja war wieder klar gut ab nach oben das ding ist ich frage mich halt immer woher der fettsack weiß wo wir sind hallo der eine schlägt mich der andere greift nach mir wo müssen wir jetzt sind eigentlich auch da hätte ich hingemusst warum schlägt dann haben wir der bastard du kannst du kannst du kannst du gepflegt die eier knuckeln ein bisschen schneller bitte damit wir die folge auch heute noch mal zu ende kriegen auf einmal ist das drauf ey das ist voll schwachsinnig so du bist ein wichser der fahrer ist so und wir gehen jetzt hier rüber weil wir gleich rechts in die tür wollen da wollen wir rein genau so her und so gibt es nichts mehr hallo geh doch nicht weg ich tue dir doch nichts ich bin dein freund hast du deine zelle ist offen und du du kriegst dich unter dem bett ein das ist für ein unentspannter bruder mann ich muss irgendwo nach der batterie sein dann haben wir echt gute karten hier durchzukommen ja perfekt so battery haben wir jetzt auch dann können wir mal nach loaden und ab nach unten dunkelheit ach komm wir gehen mal ins licht warrider richtig lecker ey hallo 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 ach da rein muss ich ok ja hallo ja das sieht sehr sicher aus hier ja ja hier kommen wir bestimmt raus ja finde einen weg aus der kanalisation ich finde das ist der perfekte weg um aufzuhören